Die hierzu erwerbende gut gepflegte Zwei-Zimmer-Hochparterre-Wohnung befindet sich in Münster-Angelmodde. Die Immobilie wurde 1995 erbaut und wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 69 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Hochparterre-Wohnung auf ca. 120.700 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020